Hallo, hier ist Gay Revy. Neu in Aufnahme Heiße Kartoffeln. Gay sein. Mit dem Kartoffelnliebhaber Baloui, weil Kartoffeln sind was zu essen und Baloui mag alles, was man essen kann. Und ja, wir spielen Heiße Kartoffeln und Baloui wird die Heiße Kartoffeln nicht loslassen. Ich wollte sagen, wer ist die einfach auf? Lustig, nein, werde ich nicht. Hallo zusammen, ich bin's, Baloui. Und dann ist das so dick. Und ich muss mit so zwei Spastis zusammenspielen. Und dann explodiert der, weil er immer so fett ist. Selber fett. Ich bin auch direkt instant. Die Kartoffel läuft bei mir. Ja, Leute kriegen die Kartoffeln immer zuerst, Baloui. Bin sie aber auch schon wieder los geworden. Was? Sie sind so runterernährt. Die kommt, gibst du mir Kartoffeln. Gut, dass es in Minecraft keine dicken Skins gibt oder so. Baloui hätte sofort einen. Wie gesagt, Baloui ist auf jeden Fall der Quoten-Fettsack. Ich bin überhaupt, erstens bin ich überhaupt gar nicht fett und zweitens hier, Commander Krieger ist mindestens genauso in Brocken wie ich. Aber Commander Krieger hat nur ein paar Haare. Was hat der? Baloui hat keine Haare mehr. Wieso habe ich keine Haare? Baloui hat nur drei Haare. Baloui ist nämlich blond und seine Hautfarbe ist genauso wie seine Haarfarbe. Erkennt man das nicht. Man erkennt nicht, dass ich... Was willst du eigentlich von mir? Nee, ich bin gestorben. Du hast auch keine Haare, Baloui. Was willst du denn für ein Trottel? Nee, dieses Spiel ist behindert. Revi ist schon tot. So ein Depp, Alter. Du musst so dumm sein. Ich war noch nie Kartoffeln. Potato ist gay. Potato steht auf Männer. Ja, deine Mama. Das Leben, noch 15 Leute und Revi ist... Alter, wie kann man so früh bei diesem Spiel sterben? Und Revi ist keiner davon. Der weiß bestimmt überhaupt gar nicht, was er machen soll. Alle deabonnieren Revi ist halt richtig. Alle deabonnieren. Du bist ein hochgepuschter Hurensohn. Oh, Simon ist die Potato. Ich hab dich beschlagen. Ich hab dich gesagt. Ich bin Simon. Hallo, Kartoffelkind. Samt. Hallo, Revi. Alter, seid ihr scheiße. Wie schlecht seid ihr denn alle beide? Wir docken gerade. Docken mit Otten. Und den schwarzen. Ich muss an Baloui denken. Oh, die geile. So verhindert. Schau mal, wie der läuft, wenn es was zu essen ist. Gleich ist halt der Kartoffel her. Das sind nur Kartoffeln. Da ist doch keine Pommes raus. Das mag ich schon nicht. Baloui rennt der Kartoffel hinterher, weil er denkt, wir können sie essen. Gib mir die Kartoffeln. Gib mir die Kartoffeln. Luttig. Luttig, Luttig. Tralalala. Baloui, die Fritz hier hat eine Mett rausgefüllt. Das ist die Hautmettkartoffel. Wow, wow, wow. Hier, Ruka. Guck mal, noch acht Spielerlemon. Ich bin einer davon. Wie scheiße ihr seid, dass ihr so früh rausgeflogen seid. Ihr habt das echt noch nie gespielt, oder? Doch, schon zweimal, du Spass. Ja, schon zweimal. Ich bin jetzt mit der ersten Runde gestorben. Ich bin Revi. Ja, besser als fett zu sein. Nein, die Kartoffeln. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich meine, kommt her, kommt her, kommt her. So fett bin ich in der Schlange, als du fählen. Ich bin die losgeworden. Ha, 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 mua. Was gibt es in sechs Manns Zeltgröße? Was gibt es in sechs Manns Zeltgröße? Baloui ist jetzt schon Abend dran. Alle T-Shirts, die auf den Gamescom-Fankler nicht anziehen. Ja, das war wirklich ein Problem. Aber das liegt nicht daran, dass ich etwas fülliger bin, sondern das liegt ganz alleine daran, dass diese T-Shirts einfach... Nein, ich bin die Kartoffeln. Nein! Nein! Weil du hier einfach die Ultra über-Übergröße brauchst. Ach Mann! Seid doch ruhig! Gegen euch Kenne habe ich gestorben! Dann geht das zu den Ständen hin. Gibt es da vielleicht auch ein X, den Kicks, XL? Nein, ein Dreimal-XL hätte gereicht. Aber nein, da haben die alle immer nicht. Wo sind denn die Stangen zu dem Telt? Das ist kein Telt, das ist für den Mann da vorne. Das ist am Anziehen. Wie scheiße ihr seid! Ihr fragt aber, dass wir Heli nach dem Tarnzelt, ob er es wieder anziehen könnte. Wo wir bei Activision waren, Baloui, wo wir noch mal rausgeflogen sind, weil du einfach ein ganzer Bett, weil du dein Karla-Bild gegessen hast. Weißt du, jeder holt dir so einen Kresson und Baloui geht einfach hin. Bei Blizzard, da habe ich mir... Außerdem habe ich da überhaupt gar nicht viel genommen. Das war der andere Trottel. Malte oder so war das. Revi hat mir einfach heimlich Bierdeckel zugesteckt, die ich mitnehmen sollte. Baloui... Ihr sagt Kacke, da ist viel zu Ende, so. Ein Glück. Aber wieso wird man gekickt? Was ist das denn? Du musst dich heimvoll lachen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.